Norddeutscher Rundfunk 2021 Hamburg, 8.30 Uhr, Schnee. Interview hellwach und gut drauf. Ich habe nie irgendwo illegale Drogen konsumiert. Drei-Wetterstoff. Berlin, 11.30 Uhr, wieder Schnee. Reden im Bundestag, immer noch gut drauf. Sie gehen jetzt mal runter. Drei-Wetterstoff. Rio, 22.30 Uhr, ein harter Tag, geht zu Ende. Aber jetzt weg, das Koks bei mir. Ich fühle mich total wach. Immer hellwach, immer gut drauf. Drei-Wetterstoff und Schwachkopf, jetzt neu im praktischen Reiseset.